Matthias Reim, deswegen muss er sein Konzert kurzfristig absagen Spremberg, schlechte Nachrichten für alle, die sich auf das Konzert von Schlagersänger Matthias Reim, 66, am heutigen Freitag gefreut haben Sein in Spremberg geplantes Open-Air-Konzert muss der Schlagerstar kurzfristig absagen Auf seinem Instagram-Account schreibt der 66-Jährige, dass sein Konzert aufgrund einer akuten Atemwegserkrankung nicht wie geplant stattfinden könne Mit dem Auftritt am 31. Mai wollte er seine Open-Air-Konzertreihe entsprechend eröffnen Wie der Konzertveranstalter Semmelkonzerts am Nachmittag via Facebook mitteilte, fallen außerdem auch die beiden Konzerte am 1. Juni in Eberswalde sowie am 2. Juni beim Hessentag in Fritzlar aus Fans, die Reims-Konzert am heutigen Freitag verpassen, können aufatmen, ein Nachholtermin steht bereits fest So soll die ausgefallene Show zeitnah am 28. Juni am selben Ort nachgeholt werden, sämtliche Tickets ihre Gültigkeit behalten Wer noch keine Eintrittskarte hat, findet sie online Matthias Reim, Konzert in Fritzlar ersatzlos gestrichen Auch für das Konzert in Eberswalde wurde bereits ein Ersatztermin festgelegt, dieses soll jetzt am 5. Juli stattfinden Für alle, die sich auf den Auftritt in Fritzlar gefreut haben, gibt es hingegen schlechte Neuigkeiten Es konnte kein passender Nachholtermin gefunden werden Karteninhaber bekommen den Ticketpreis vom Veranstalter erstattet Karteninhaber bekommen den Ticketpreis von Eberswalde Ticketpreis vom Veranstalten Kontrollern Karteninhaber Karteninhaber